Oh, eine Litfaßsäule. Äh, ein Radar-Turm? Ja. Oder? Was war es denn jetzt? Das war ja nun der größte Schwachsinn überhaupt. Jo, der Mies, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Lego Marvel Super Heroes. Aber bevor es losgeht, ihr kennt das ganze Spiel, lasst gerne ein Däumchen da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. So, los geht's. Fast gleichzeitig. Magic Moment. Was ist die los? Fantastic Four mag ich auch nicht. Ja, den einen hatten wir ja schon. Bei der letzten Folge war schon X-Men, die ich nicht leiden konnte. Was heißt, nicht leiden konnte? Sind das nicht meine Favoriten? Und jetzt kommen die Fantastic Four, die mag ich genauso wenig. Was können die denn? Die sind für mich eigentlich so egal. Die hatten auch Spahn. Aber schon harten sie nicht auch? Ja. Den hatten wir schon. Da ist Trenchi und Flamme und der komische Brocken da. Langweilig. Das war wohl so im Allwahn irgendwie, war? Ja, sag ich ja, langweilig. Die unnötigsten Superhelden überhaupt. Das ist aber schon ganz schön hart. Doch, hier Mr. Flamme, der war cool letztes Mal. Den hatten wir doch auch schon. Fandest du cool, ja. Ja, der war cool. Sagen Sie es Ihnen schon. Eine Bedrohung nach der anderen kurzen. Oh, ja, so einen Müllcheck könnte ich jetzt auch mal trinken, wa? Also einen richtig schönen Vanillermüllcheck. So. Perlchen. Wer bin ich? Was kann sie denn? Was? Untersteigen wir? Mann, ich will mich bewegen. Hast du mir ein Taxi geklaut? Fahr mal. Bitte, die nächste links abbiegen. Das ist aber sofort abgebogen hier. Guck mal, das sieht aber auch gruselig aus, wa? Ja, wow. Bei dem... Ach, die Genese ist auch ihr. Guck mal. Bei dem Zirkus hier? Ein bisschen gruselig aus. Ich finde dich nicht. Ich habe mich verlaufen. Wo bist du denn? Guck mal auf die Minimap. Da sind Pfeile. Ah, ich habe dich. Da musst du... Silbersträhne. Was gibt es denn? Guck mal. Unser Raumschiff. Guck mal, was denn... Ach, nicht, was wäre es denn? War er nicht. Wo sind denn unsere anderen Kumpels? Keine Ahnung. Die Kumpels sind nach. Hauptsache, du sitzt im Flugzeug. Klar. Guck mal, da sitzt der Dicke drin. Boah, ein Hamburger. Und ein Shake. Ja. Das wäre jetzt echt toll. Komm, wir haben. Aber ich fliege euch. Wow. Wenn du nur so fix wie der Auto fährst, ey, dann... Aus keiner Angst haben. Ich bin ein Profi. Wo fliegen wir denn eigentlich hin? Keine Ahnung. Oh, sorry, ich bin einfach raus. Mach ruhig. Ach, das können wir ja. Wer bin ich denn? Ach, jetzt bin ich in die Thriller. Und ich bin Silbersträhne. Wo hast du mein Bildschirm jetzt? Der hinkt oder was? Ich weiß nicht. Aber eigentlich, wir finden alles, das kann es sein. Ob wir treffen oder nicht. Man kann schneller fliegen mit A. Ja, okay. Da war mein Niki. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, wir sind beide vorbeigeflogen. Nee, wir haben's eingesammelt. Ich hab's, ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt nicht mehr Panzerfäusten. Ja, na klar. Ich hab's euch gerettet. Sag ja, so unnötig. Einfach unnötig. Das hab ich schon mal im Film gesehen. Los geht's. Zerstören. Ich will den da haben. Da geht's bestimmt ganz schnell alles zerkloppen. Du heuert jeden Halunken an, den er kriegen kann. Ich frage mich, was er ihnen Tolles dafür bietet. Wack, wack, wack. Lass mich loslegen. Sind das kleine Marsmännchen? Keine Ahnung. Ach man, das war mein Spruch. Jetzt geht's los. Der Doktor ist da. Ich will den nicht haben. Jetzt hast du meinen Dicken. Nein, okay. Sei dir gegönnt. So, erstmal speichern. Oh. Erstmal Angst speichern. Was soll man denn jetzt hier noch machen? Wo soll ich denn damit? Ich weiß nicht. Da oben leuchtet ihr. Hier ist ein Pfeil, ein blauer. Ach, da haben wir. Aber da schmeiße ich nicht hin. Ja, ist doch verfehlt. Äh? Musst du besser zielen. Guck mal, ist ein neues. Moment, geh mal aus dem Weg, Popo. Meinst du, du musst so weit weg? Ja. Musste ich. Ja, ist ja super. Und nun? Keine Ahnung. Kann ich mal da jemand draufschmeißen? Haben wir nicht Flammenboy auch bei? Wo ist der eigentlich? Keine Ahnung. Haben wir nicht einen Haken hier? Ne, nur Netz schwingende Dinger. Man kann hochspringen. Wir nicht. Wir sind zu klein und winzig. Echt jetzt? Ja. Das ist ja lustig. Freut mich. Hilft das dir? Nee. Aber hier ist nichts, was ich sonst machen könnte. Kann er hier nicht? Guck mal, er kann doch hier sein Arbeitsnetz machen. Na ja, macht doch mal was. Ja, na, so einen Schwachsinn wirklich. Hm. Oh, Magnetzi, ey. Ist das alles anstrengend. Was soll ich denn jetzt hier machen? Eine Treppe bauen oder was? Ja, passt doch so schon. Jetzt hast du das weggeschleudert. Ich? Ja, du. So. Kannst du mal bei dir jetzt zwei Minuten einfach stillstehen? Ist das machbar? Rutsch ist denn jetzt hin? Ach komm, das reicht doch hier so. Oh. Fertig. Wir brauchen den wieder, den anderen. Stretchy. Okay. Mach ich. So. Gebel gezogen. Ich hab bestimmte Leiter oder sowas, wa? Ja. Da soll ich hier Mucki mein Buch? Nee. N-n-n. Wer muss denn hier hin? Wie? Ach sie. Ich komm schon. Mach mal. Lass mich doch mal. Was hast du grad dabei gedacht? Ja, komm. Ich seh nix. Was soll ich jetzt machen? Ja, ich seh nix. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So besser? Nee, ich seh nix. 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 Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich auch nicht. So? Hä? Du brauchst Captain Americas Shield. Das ist das so blöd. Ja, ich kann es doch auch. Aber es wär mal sinnvoll, mir zu zeigen, wo ich... Ich würde ja irgendwie so... Es schließt sich was, hm? Hä? blöd gemacht war oder ja das ist ein bisschen ungünstig aber so typisch könnte die quelle für die störungen aktivieren die schüssel müssen wir deaktivieren kein problem wir sind ja nun schließlich vollprofis ja noch mal tür auf hier ich vermöbel hier ein paar ist nicht wohin oder auch nicht wo ist denn hier glaube sachen zu bauen die dame stärken großer ich kann nichts aufbauen mit dem großen hier ist was ein akkuschrauber manchmal ich bin einfach der wahnsinn ja also was muss ich denn jetzt hier machen klick 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 exzessin nein da passiert auch nichts wenn ich darauf klicke auf sechs vielleicht habe ich ja auch schon habe ich wirklich schon mit sie wirklich ich kann mich nicht bewegen klar und deutlich wir haben einen funk mast ausgeschaltet der unsere signale blockiert hat und machst es aus ich mag mal die brücke ist da aber wir haben hier die damen verloren brauchen wir die jetzt stimmt ja guck mal ich steht ja immer noch in der ecke so ein schwachsinn aber erstmal aufgeräumt hast du auch alles das eingesammelt stimmt warum löst du dich nicht einmal in luft auf was reicht mir schon durch die stufe muss man machen nein in die mitte schreibe ich dich ein hast jetzt echt überlegen ja ich bin aber das bin ich wie gemeinnummer bist ja genau werd mich hat nicht die leiterung gelassen ich war doch gar nicht fertig kann sich über unsichtbar machen ein kleiner stinkbesen bist du so einfach ist es nämlich alles nur kaputt ist doch mein ich auch ist mir alles weg zum kaputt machen man hier wo ist er denn jetzt wo rennt er denn hin ja ich bin doch schon da meine freunde aber jetzt die tür öffnet was ist er wieder zu hast du noch nicht mitbekommen dass die zugeht wenn er sich ja ist egal aber ich ja ba 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 da ja warte mal bestimmt hier war ok ok nee ok nee ach so das stretch übung oder was ja das weiß ich auch noch nicht hier doch er kann ja gar nix weil der ewig bisher was kaputt gemacht hat aber das ist auch nix hilf mir doch mal ich mache es alleine kommen ich hänge fest was machst du denn jetzt ja keine ahnung ich werde auf einmal verprügelt von irgendjemandem der eben gar nicht da war muss ich jetzt hier oben noch bleiben ich glaube nicht nichts ist wichtiger als familie das war ich ja nicht aus der sensualis was gemacht nein aber gut dass ich noch nicht runter gehüpft bin doch was gemacht habt kann ich hier noch was machen alles klar seid ihr bereit ich sehe zwar nichts aber ich drücke jetzt mal den hebel habe ich gerettet so kommen die gleich hin kannst du mit kohlen durch wie komme ich denn jetzt hier hin türoffen mal kurz angeklopft wir brauchen sie wieder okay zum kaputt machen kann ich irgendwie in den raum da rein wo du warst neber ans medica das ist ein lila da hol mal den lila ja was soll ich jetzt machen keine ahnung rüber springen oder so im gleichen aber ihr kommt doch nicht nach der gleich du tust als ob du das erste mal gegospiel spielst ich bin ja schon viel weiter weg als ihr kommt doch gleich alles ich bin völlig falsch ich jetzt hätte die arme weg ist der flamme du denkst sich einfach hoch fliegen können das wäre ja kannst du mich mal in ruhe lassen das ist immer das zwischenstopp sommer waren ja das ist ein bisschen er macht die brücke aus das war's können wir umdrehen wir haben uns besiegt hier kommen hier sind reller erstens gemacht mit dir was machst du denn da jetzt hau da mal bitte ab ach so du bist sie ja er macht dich unsichtbar da muss ich ja von mache ich mir so bin ich so du bist der komische grauschläfer reingeschmuggelt habe ich mich kann ich hier den hebel ach da bin ich zu doof für ach so dann muss aber um wir erstmal leser ausmachen ja mache ich kein problem für mich in ihrem profi stecker gezogen klar einfach so ok na gut so dann kannst du die brücke wieder anmachen bitte naja was ist denn jetzt im weg keine ahnung bin schon ganz aufgeregt und warte hier ach jetzt brauchen wir ihn wieder aber das ist hier ganz schön oft mit wechseln war das nervt also sonst war es nicht so viel ich sag dazu jetzt nichts mehr ich erschlag sie gleich mit der leiter macht nix sie macht das mit ihrer haare okay an diggerchen du kommst da eh nicht die leiter hoch was bitte du brauchst ja keine leiter zack wir sind noch kein superhit wir müssen noch ein paar und fehlen nicht mehr viele zack nicht mehr viele aber ein bisschen brauchen wir noch und schon kaputt gemacht da hinten muss ich schon wieder aufbauen und damit der aura wieder lenken und so naja was schon verstanden das ist das hier die komischen tröpfel hier keine ahnung was soll ich jetzt machen mit der aura sieht gut aus wir retten euch keine angst ich weiß noch nicht ach du musst schon so ein bisschen vertrauen ändern ja hab ich hab ich weiß ich nicht ich kaufe dir das irgendwie nicht ab ich weiß was du gehst recht und ich gehe nach links dann kommen wir uns nicht so ins gehege ich will ihn haben ich möchte mr feuer wer will ich äh hier nimm juhu bam das hat auch gebaut einer ist durchgestrichen nick fury ist noch offen was heißt denn du dass wir den noch retten müssen wann haben wir den anderen gerettet na eben weil wir ihn ja von den bösewischen richten und so keine ahnung ich bin die fury wir haben sie alle gerettet aber uns fehlen noch ein zweites nur noch schnell dann sind wir super krassen mäßig helltechnisch und so wir sind schon fast gelb und schon wenn ich bin noch dabei ich habe jetzt nicht mit dir kommen schon gesagt ja ja das was goldenes ja unterwegs ja wenn du gehst du mal bitte wenn du dich mitten vor dem goldenen stellst wie soll das funktionieren erklär mir das bitte ach komm nee nee nicht ach komm wie soll das funktionieren habe ich gesagt und da unten ist noch viel mehr kopf ich dachte das level wäre gleich vorbei deswegen habe ich so einen stress gemacht aber das ist ja anscheinend noch geht noch weiter anscheinend ja noch ein bisschen hier ach da oben brauchen wir ja die lasto peitsche man hier ja ich möchte mal landen so ah tocker und du keine Ahnung Fahrstuhl wir werden keine Zeit sind wir falsch oh man ey komm ich spring mal vor ja warte ich komm hinterher dann bam euch gebe ich einen Strom Feuerschlag ach du kann ich jetzt hier das goldene zerschießen ja ich würde nur auf Nummer sicher gehen nicht dass du dich wieder davor stellst und dann blüten bist weil du tot bist und so und einsteigen wieder wenn ich ach so viel ist das ich konnte mich nicht mehr bewegen schade schade so da sind wir kein Problem machen wir wem müssen wir dann platt machen ach den Kobold der Kobold er lässt sich er war im ersten level glaube ich dabei war ist doch Spider-Man Gegner oder er gibt nicht auf ja war der nicht der der im ersten wo wir es mit Spider-Man gespielt haben hier ich glaube ja auch das allererste level hier von mit Octopus Man und so ja 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 gut ach wo bin ich wer bin ich eins mehr warum bin ich denn der jetzt schon wieder ich mach mal kaputt hier was denn unsere aufgabe kaputt machen also schnapp ihn dir keine ahnung ey jetzt was zum aufbauen die kann ich auch von ich bin groß warte ich ich komme bin da aber das ist was für dich zum aufbauen damit musst du ihn runter kloppen dann irgendwie oder auch nicht und zack hab ihn yeah und jetzt vermöbel ihn nochmal richtig ich bin noch dabei ja noch eine noch eine ich bin noch dabei da geht noch was da geht noch was und das und das er hat gepfiffen er hat wieder acht naja ist klar ja aber guck wir waren doch schon super du bist ihm gefallen nein ich hab ihn geschmissen ach so nennt man das heutzutage brauchst du Hilfe? ja irgendwie braucht der immer ewig um die Leute kaputt zu machen okay ist denn schon irgendwas wo wir was aufbauen können ne war ich bin so storn was naja ist er auch naja sie läuft da einfach als ob du auf einer Modenschau bist hier bam musst du schnell aufbauen wieder ja und dann war was zum speichern was das finde ich gespeichert da muss ja krass nein weil wir viel zu krass sind zum speichern hier ist nichts mehr aufbauen doch dir wackelt doch alles da vorne ne das reicht noch nicht braucht noch mehr glaube ich was denn noch weiß ich nicht jede Fliegenklatsche aber für sie ich bin schon wieder explodiert meine Arme ich hab sie und wo ist er? da ist er klatsch Attacke macht ihn fertig komm hau hier rauf jawohl und nochmal 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 einmal komm einmal schau mal noch was macht er denn ich kann ihn nicht mehr rauben oh stadt zum weg wo ist er denn jetzt wegen allem herz ja wirklich meist irgendwelche leute nur zeitschinden pure angst guck mal deine waffen jetzt hier raus ja das gibt's ab hier man ey sowas blödes naja guck dir das an ich kann jetzt alle abknallen ich brauch einfach nur stehen und mich drehen und barben keine sorge meine Freunde klar aufbauen ja muss los ist es irgendwie langweilig Achtung 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 ich baue es auf ach wem brauchen wir denn jetzt hier ach hier Silberlocker Silberlocker ja ich hab den glaube ich oh ich habe den dicken oh und ach der jetzt mal oh ne Littpassäule hä ein Gradatum ja ich glaub's nicht das war ja nun der größte schwachsinn überhaupt ich darf ihn jetzt ablenken lassen oder was weiß ich ja auch nicht hä es hat gar keinen Sinn gemacht was hat er denn ich hab die Brust dran lassen der Fall ist ja voll zum Laufen doch ihr Narren zwingt mich nicht dazu Doktor Dooms Doom Ray of Doom anzuwenden Doktor Dooms Doom Ray of Doom sieht das einfach wie eine Strahlenkanone aus Reed Strahlenkanone ja das interessiert uns nicht glaube ich was lassen wir uns überhaupt nicht ja sie diskutieren noch warum du möchtest es gerne vorgeführt bekommen zeig uns was die Person kann Loki den haben wir schon mal auf die Nase gehauen die kann ja gar nichts die Pistole wir sind Superhelden vom Feinsten wirklich ja Luschen okay wenn euch die Folge gefallen hat gebt uns gerne ein Däumchen nach oben und schreibt uns was Nettes in die Kommentare und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt abonniert den Kanal vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal